Telefonklinge Wir sind nach oben Schwarz, oder? Wir haben nicht gesehen. Woher jeder aus dem Angst hat. Aber, um... schwarze Hose das würde die eigentlich fassen 90 Euro für eine Hose geht eigentlich jetzt sind wir gerade im Frankencenter gucken wir mal was dreht es an wüsste die haben schon ein kurzes Hose vor Winter ist im Schubijama was soll das ey lass uns schmucken die schon schmucken die schon schmucken die schon wo sie und die haben hier einmal auch was dieses Gültel kommt voll aus Indien so Leute wir shoppen bis hin jetzt und suchen jetzt einen schwarzen Hose für die Person da vorne hier nochmal schwarze Hose oh Mensch dein Beste haben die meine? keine Ahnung uch 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 suh uch 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 gönnt euch meine Rolex so leute wir sind jetzt rewe und er holt jetzt trinken oder so aber er weiß nicht was er holen wir haben hier wir sind jetzt so leute so wir waren jetzt nach berlin so leute wir waren franken sind dort haben wir ein bisschen shoppingtour gemacht wir gehen auf jeden fall glaube ich noch mal dort hinten dann versuche ich noch mehr zu filmen ich nehme euch mit ich finde dann glaube ich auch mehr weil ich weiß ich konnte jetzt nicht filmen weil da waren so viele menschen und das war der problem und ja na hör mal lasst mich mal hier ausspüren und ja leute was auf jeden fall viel liebe da und bei mir auch ne abonniert gringo 14 ja lasst bei ihnen auch die liebe da gringo 14 abonnieren sein link findet ihr youtube instagram alles ich heiß überall gringo 14 ja und wenn ihr nicht findet dann könnt ihr in meine beschreibung schauen ganz letzte dinge da ja ich verlinke ihn als fake bruder schreibe ich auch drüber und wir haben euch liefen wir an großfamilie und meine kleinfamilie ich hab mich schon passiert ja ich lass auf jeden fall viel abo abo da das ist ganz viel liebe da lassen dass rolex gönnen kann lass mal ein bisschen abo da ja lass mal dem abo da dass er sich rolex mal leisten kann also ich kann schon rolex leisten meinem eltern erlauben leider nicht ne also ja ich hab jetzt ein uhr in wert von 24 400 und ja egal jetzt hier nicht angehen oder so wir gehen jetzt auf jeden fall nach hause wir warten auf seinen bus und ja ab in den urlaub montag schule ich hoffe meine klasse ich hasse meine schule spaß dass er geht klar bei schule holen ja leute wir waren um sein bus bei mir erwarten auch gar nichts weil ich muss nach hause laufen weil er nicht ein klasse chauffeur kommt zu spät hier hat die kündigung letzte woche bekommen hat sich abgeholt hat mit der weiber hat weiber geklärt und mit unser auto angegeben tschüss anone scheiß drauf ich gehe also wir laufen nach hause ff bus ich bin jetzt den video wir haben hier groß gelabert ich weiß wenn ihr was verstanden hat dann könnt ihr irgendwo hingehen in keine ahnung egal und ja ich werde das video jetzt und tschüss